Herzlich Willkommen im Kindergarten der Kita Sonnenschein. Mit diesen ersten Eindrücken möchten wir Ihr Interesse und Ihre Neugierde wecken, um mehr von uns zu erfahren. Wir begrüßen Sie, liebe Familien, Sie, liebe Bewerber und alle, die mit großem Interesse auf der Seite der Kita Sonnenschein angekommen sind. Gemeinsam mit dem pädagogischen Fachpersonal und den Eltern begleiten wir die Kinder in ihre Entwicklung und unterstützen sie beim Heranwachsen zu eigenständigen Persönlichkeiten. Zur frühkindlichen Bildung und Erziehung gehören das Hinführen zur Selbstständigkeit, zur Verantwortungsbereitschaft und zur Toleranz, zur Lernfreude in der Gemeinschaft und zur Förderung der Eigenständigkeit. Dabei steht eine ganzheitliche Wahrnehmung des Kindes mit seiner Familie, die individuellen Bedürfnisse und das Interesse der Kinder im Vordergrund. In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens werden dem Kind vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt geboten. Dies spiegelt sich in den Räumlichkeiten und dem großzügig angelegten Außenbereich wieder. Die Basis der gemeinsamen Bildung und Förderung der Kinder baut sich auf einen wertschätzenden und respektierenden Umgang miteinander auf. Die Begegnung auf Augenhöhe mit allen Beteiligten in der Kita ist einer der Grundsätze, nachdem wir uns im Sonnenschein begegnen. Ist es uns gelungen, Ihre Neugierde zu wecken, dann laden wir Sie ein, einen Blick in die Konzeption der Kita Sonnenschein zu werfen. In der Konzeption erfahren Sie alles weitere Wissenwerte über die Rahmenbedingungen wie Öffnungszeiten, Schließzeiten und Ablauf der Eingewöhnung. Konzeptionelle Leitlinien der Kita, die professionelle Haltung der pädagogischen Fachkräfte und die Umsetzung des Orientierungsplaners Baden-Württemberg zur frühkindlichen Bildung und vieles mehr finden Sie ebenfalls in der Konzeption aufgeführt. Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich in der Kita Sonnenschein herzlich begrüßen zu dürfen. Ihr Team der Kita Sonnenschein Wer Heathliniener Ihr Team der Kita ist Die Ich wirkte Der Kita ist Der Kita ist von